herzlich willkommen zurück zu spyro war irgendwie ganz merkwürdiger anfang folgendes vielen dank an tobias für die info wenn du auf start gehst und dann auf bestand siehst du was du alles schon hast stonehill da fehlen uns noch sechs was war eine sterne und wie was was mich wundert ist die anzeige mit dem ei also ob ich da dann irgendwie das eingesammelt habe und dafür noch nicht so rum stonehill hatten was aber glaube ich das mit dem umherrennen auch für die stimme regeneriert sich gleich ein bisschen hoffe er hat jetzt ein schönes wochenende ja wir gucken wir mal weiter ich bin besoffen durch zwei zäune gefallen eine davon hatte so folgendes das war das und hier sind wir nicht weiter durchgekommen wirklich wieder ein traum die steuerung hier zu sehen das sehr sehr schön und woher finkst natürlich weil es im video wird heute für heute erst aufgenommen tatsächlich gab der zeitlich ein paar indifferenzen so von hier komme ich darüber glaube was anderes erstmal nicht ach so das war das wo ich überlegt hatte ich habe jetzt nicht nachgeguckt aber du kommst doch von hier nun kommen wir hin oder vielleicht hier ich glaube aber irgendwie nicht er ist immer noch schön also wenn du wenn du so diese 3d welten jetzt also jetzt fühle ich mich angekommen wenn du wenn du so die bergen und alles siehst so da nicht und hier auch nicht schön einfach schön so ich dachte er halt eigentlich dass du darauf kommst aber wir werden immer drüber springen glaube ich wieder aber da war ja auch nur die geschlucht oder so ein bisschen anlauf ich habe noch nicht raus ob anlauf wirklich was bringt naja ok ok jetzt sind wir zurück und da oben ist am speichern sieht mir so aussetzen müssen wir hier oben hin und dann ihn wieder jagen um das all zu bekommen und dann kriegen wir vielleicht auch die letzten 6 sterne so bist du nicht von hier darauf gekommen oder war das von ja von wo weil hier ist ja auch nichts wird es natürlich von hier ganz oben probieren stimmt das war doch das wo ich dachte ne klappt nicht hat aber dann geklappt so und ich glaube von hier konnte ich rüber ne ja gucke mal so speichern wir waren das rennen noch mal okay so viele spiele gerade so fieck ja komm 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 du hast du hast ja sehr schön wir noch mal sechs dinger zum einsammeln und dann ist alles schick so zwei eier da gucken wir jetzt mal okay und dann mal auch das sei das heißt da kollo fehlt es noch zu hause gibt es dann denke ich mal keins wir haben ja wie uns fehlen aber immer noch sechs dinger wo werde ich diese finden also ich hätte nicht gedacht dass wir bei den anderen zufällig dann die 100 prozent voll machen so da oben waren wir wird aber sagen der partie ist abgeschlossen das mit einer freut mich dass das geklappt hat so was hier unten waren wir da ja doch hier dachte ich ja es wäre eine pyramide war es nicht so dass das da ist das da ist das hier kann ich mich dann hochschinken lassen nach nach hause aber das verstört mich dass da die anderen fehlen und dass ich hier nochmal reingehe die sind es ja nicht mehr dass sie dann irgendwie punkte gehen na gut vielleicht ergibt sich das noch mal habe jetzt nicht direkt 100 prozent waren angedacht aber ich meine so lange spaß macht die dinger zu sammeln warum warum nicht ich meine die sechs stück das stört mich ja 594 so hier oben waren wir falsch an gab es ja nicht so richtig naja aber für zu hause hat man alles glaube ich ach so leben könnte ich da haben wir abholen neun ok so also auf select bin ich sofort beim bestand ja ne für zu hause ist alles fertig weiß ich ob es ja auch ein ei gibt aber wir können auf jeden fall das boot nehmen wenn wir irgendwie zehn drachen befreit haben und das haben wir auf jeden fall die frage wäre für mich ob wir nochmal da collo uns wegen dem ei umsehen oder vielleicht erst mal zum schiff ich meine zurück können wir immer noch ja vielleicht für euch auch interessanter da müsste da collo sein aber suche jetzt erstmal schiff da war ja auch der durchgang für schiff nicht doch nicht ja gut gucken wir nach dem schiff da ist das was das ich meine das sieht so traumhaft aus einfach kurz mal genießen so schön gut gemacht spio ich hätte nicht gedacht dass du schaffst danke fürs vertrauen kannst du jetzt in die welt der peacekeeper fliegen bist du bereit natürlich speichern zu den peacekeepers im peacekeepers welt ist das alles liebevoll gemacht schön na und da schon der erste drache der wird uns bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen das sieht alles so ein bisschen nach wüste aus schön das also allein das wasser zu sehen und alles alles toll 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 titan willkommen bei den peacekeepers spiral sie nur wie unsere schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden hol sie zurück spyro schatz finden alles klar ja 16 da wird uns denkt oh ok ja 0 von 200 1 von 3 zog hier hinten werden die drachen angezeigt und 2 eier und kein hahn achso hier 12 prozent sagt er mir an mhm 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 so ja 5 ok ok bist du weg ja lustig die feuer effekte so so schön ich weiß nicht ob man es so nachvollen nachvollziehen kann aber ich habe da echt wahre freude weil der weg bis hierhin war ja doch ein langer also ne wie viele videos kamen dass du zu einem spyro gekommen bist und das ist so knapp 1000 videos sind das also sieben in den 970 oder so aua ok cool kann ich dich nicht umrennen naja ok kann ich jetzt damit schießen deswegen ist das einfach immer schön wenn du hier reingehst und dann sagst du ja hier bin ich angekommen ja ok aber kann ich dich drehen ja er kann nicht lustig die welt hier habe ich noch nie gesehen die welt hier habe ich noch nie gesehen ja sieht nach hautfarbe aus oh aber direkt direkt weg nicht mal so ne chance oder irgendwas so die bälle ist oh ok wir müssen mal hier so ein bisschen ziehen ok ok wieder voll ok irgendwas ja schießt der andere nicht auf mich vergiss es oh geil na wie liebevoll die welt einfach gemacht ist warum warum gab es das vor spyro nicht also auf der playstation so die comic grafik und alles muss ja nicht auf einer grafik hundertprozentig dran sein hier zwei kennen gehen wir da erstmal rein oder 38 von 200 ja kommen ich würde sagen wir gehen erstmal rein ist das schön gemacht mit den dämmeln ja 632 juwelen mal sehen ob wir hier jetzt alle auf anhieb bekommen ok da hinten ist ein gegner was haben wir hier bin auch gespannt wie komplex die level werden mhm ok lustig lustig so hier rauf oder was ach das war wieder so ein flugding ne mhm können wir da jetzt schon durch ich würde erstmal unten lang gucken lass mich in ruhe hier ähm so gut abgewartet ok ich darf halt hier nicht rein nachkommen mach mal den ein bisschen an denen an den kanten musst du halt doch schon ein bisschen aufpassen dass du da nicht ins wasser und wir rein pilzt ja grad mit der rennerei und so oh trotz schild bin ich durchgekommen interessant so das war das wie wie schön der schimmert einfach oh ach ach man ah nicht mal schaden bekommen das schwierigkeitsgrad ist so angenehm bisher das ist also ich finde es gar nicht schlecht es ist dann einfach nur so die story erleben warum die devil erleben ich muss sich zwangsweise immer sterben uuuuuh wichtig oha wo ist er hin? da ist er Doktor rennt zum kreis kollege quasi kriege ich ihn oder fliege ich vorher hin so wir holen auf da hat er aber gebackt sag mal wenn ich jetzt einfach in die andere Richtung renne da ist er weiß auch nicht wo ich gespeichert habe hab ich jetzt alle verloren? ne 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 speichern ah ne sind alle wieder da waren wir gibt der jetzt wieder punkte? ne aber leben cool ha da ja ok er füllt erstmal die skada daneben auf dann hast du wieder einen neuen dem wo ist denn hier der eierkopf oh so der ist jetzt weg ne speichern was ist vielleicht in die andere Richtung renne rennt er dann auch dahin? oh ok lustig vielleicht ist es so einfacher kurve nicht bekommen komm 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 an da oh jetzt hatte ich noch haben wir schon mit dem steuerkreuz ist gerade ein fehler komm 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 jetzt dran ja es kann alles nicht sein stopp ihn dir sehr schön 3 ja an das jetzt okay glaube ich gehe wieder auf steuern kurz ich weiß es sich da drauf landen dass ich sie so dann einsammeln muss so hier ne dichte ich mir danke dass du mich befreit hast kein ding kein ding so 17 haben wir schon mal ich würde einmal hier noch offiziell speichern ich hätte bei einigen spielen richtig probleme wenn da mal der spielstand und wie defekt ist bisher ist das ja alles super gelaufen also nicht war mit zwischenspeichern und wie oft verhagelt ok da können wir hoch da können wir runter ich würde sagen gehen oder wenn du hoch gehst kannst du erst mal dort hin aber gerade am umgebung angucken wo wäre es das wäre es das warum ist das hier boss kampf oder schauen mal ich bin gleich weg ich bin wirklich gleich weg ok ich bin gleich weg ich bin wirklich gleich weg ich habe gar keine libelle mehr ok ich glaube das fülle ich schnell mal um ob es geht wenn ich gar keine mehr habe so hier vorne waren auf jeden fall die oh gott da lustig dass dann die die bälle wieder auftaucht so ok ist das liebevoll gemacht alles sehr schön so das waren alle oder wie gab sie nicht noch gab es da noch mehr viele viecher oder gab es hier was ist das ein schön aufgebautes level da oben und was blitzert da jeden fall diamanten von da komme ich aber da drüben hin na wir schauen mal bringt ihr mir irgendwas bringt ihr mir irgendwas nö erst mal oben lang ne komm erst mal erst mal hier lang so wer ist das Boris der dry canyon lohnt sich für gute gleiter du bist doch ein guter gleiter oder Spyro ich bin der geborene gleiter hm 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 ok so von hier könnte ich dann auch wieder da rüber oder was ist das ist das ein schön aufgebautes level ne ok dann überlege ich fast ob wir wirklich erstmal da oben hingehen geborene gleiter na gut ja das sieht mir so ein bisschen dediziert aus sehr gut ach nein gelaufen komm wie sieht es ja aus ähm 138 von 400 aber das Ei zu hause fehlt das Ei oder wie deswegen da das x mit dem Ei ok den muss halt wirklich den machen anscheinend und einsammeln naaa speichern das dachte ich bin nämlich ok ok und wo ist der Vogel da musste ich mir mal anschauen gut die gegner werden schwerer ne ok das könnte lustig werden naaa komm zwei oh schwierig strategisch vorgehen strategisch vorgehen und sonst wirkt er den Vogel auf dich oder was ach ist das eine schöne Welt also Setting an sich ne Wüste ist nicht so meins aber ich finde hier ist es so genial umgesetzt wenn wieder das blaue durchschimmert schön Ivoa wer kommt der Name bist du der junge Drache von dem ich schon so viel gehört habe schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst wussten wir was ach nichts Rauchwolke ich finde immer noch die Stimme von Spyro passend unpassend also die Synchronstimme ist Hammer aber hört sich halt an wie ein 40 jähriger Raucher so das wollte ich mal testen glaubt gut und den schmeißt er oder was den Gegner habe ich auch nicht so ganz verstanden den Gegner habe ich auch nicht so ganz verstanden und du hast hier kaum Heilungsmöglichkeiten Was ist da oben Feuerwerk? Da ist Feuerwerk ne? Komm doch Vorsicht! Da oben scheint es einiges zu geben und hier muss man dann wahrscheinlich gleiten und hier muss man dann wahrscheinlich gleiten wie sieht es aus? 217 mehr als die Hälfte keine Gegner versteckt Komm erst mal da oder erst mal dorthin Oha Ja läuft Ist das eine schöne Steuern so intuitiv das Toll das ist einfach Wahnsinn so 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 Toll jetzt ist meine Raupe weg Raupe? Die Bälle Toll hier gehts auch lang Ja super Da komm ich bestimmt nicht Ah ok Da gehst nach Hause Ja Speichern oder was? Ich weiß jetzt nicht wie Ah ok 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 Cool Ok Wieder was Neues kennengelernt So und von hier darüber würde ich behaupten Jetzt zeigt sich ob ich ein guter Gleiter bin Oh 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 Dann braucht man einen Schlüssel den wir noch nicht haben Das hat er mal angemacht Speicher immer Speicher immer Ok aber wofür waren dann die Räder? Ja Nicht dass das da hinten irgendwie noch lang ging Haben wir jetzt von hier oben alles erledigt? Wie siehts hier aus? Ok Aber ich sagen Aber ich würde mal sagen für heute machen wir den Part Schluss Weil ich muss das ganze jetzt noch bearbeiten Muss das hochladen Damit das heute auch noch online kommt Und dann musst du ja immer noch 4k verarbeiten Das dauert leider auch immer ein bisschen Ja Wünsche euch einen wunderschönen Abend Und wenns gefallen hat super gerne Daumen nach oben Und gerne einen Kommentar Wär super Bis in drei Tagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.